Das war's für heute. Ich will jetzt die Antwort von euch. Was ist heute? Heute ist so ein schöner Tag. Heute ist so ein schöner Tag. Heute ist so ein schöner Tag. Und wir steigern uns langsam. Komm, 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 komm. Ja, 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 ja. Die Hörte sind ja Die Hörten sind ja Ich bin das gar nicht 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 Wir glauben an die lieben Gott von Hamerbender Hey! Nein! Meine Güte ist wie lieber Wie war Obst Und Ups, im Ziel, da steht der Unimant Und auf die Fritsche, da heben wir den Bop Der Unimant Hey Lisa, assim você mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Stoppeling in der Umbel! Lass die handen genau da woziesin Lass die handen genau da woziesin Lass die handen genau da woziesin Die handen genau da woziesin Tomem coragem, e não deixei a paai Hey Willinger, ihr seid im Fernsehen! Wenn ich mich bin, wenn ich mich bin, Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Delicia, Delicia! Assim você mata Willinger mit beiden Händen nach oben Und nach Limmins, nach Limmins, nach Limmins, nossa, nossa. Und wenn ich bis drei zähle Willingem, dann springen wir alle im Takt. Drei. Und wenn ich bis drei zähle Willingem, dann springen wir alle im Takt. Schneller! Schneller! Komm, 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 komm! Schneller! Ok, noch schneller! Ich muss sagen, jetzt ist das Wetter hier, weil es schnee inangenehm ist. Dann müssen wir zeigen, wo hier der Hammer hängt und dann möchte ich euch alle noch mal tanzen und springen sehen. In 5 Minuten sind wir live on TV. Und beide Hände gehen nach oben. Alle Fahnen nach oben. Und Willingen grüßt den Rest der Welt. Und Willingen tanzt für uns. Und die Hände nach oben. Jetzt nochmal in Zeitlupe. Nach links die Hände. Nach rechts die Hände. Links die Hände. Und weiter tanzen. Bewegt den Popo Babys. Und da kommt. 3, 2, 3, 2, 1. Ammon. Musik. 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 Die Informationen, die wir uns alle so sehr gewünscht haben, die Winde haben uns hier leider nicht verlassen. Das heißt, die Winde, die Böen sind einfach zu stark heute hier bei diesem Wettkampf. Wir wollten natürlich alles versuchen. Und damit bleibt Österreich in Führung! Wir haben hier getroffen, haben die Entscheidung der Vernunft. Denn wenn wir uns vorstellen, da oben von der Schanze mit über 90 Stundenkilometern runterzuspringen. Das ist doch schon ganz anders, als wenn wir jetzt richtig springen. Und der Springer kommt! Schieee! So schnell kann's gehen! Die Spitzenposition für Österreich!